Der italienische Franciacorta aus der Lombardai wird längst als einer der besten Schaumweine der Welt gehandelt. Auf dem Weingut Monzio Compagnoni widmet man sich bereits seit 1987 der Herstellung von Franciacorta. Teil der Grundweine lagert er zunächst sechs Monate lang in Berikfässern, anschließend folgt eine Flaschenreifung von mindestens 18 Monaten, bevor er degaugiert wird. Monzio Compagnoni Satin Also hier ganz einfach, der Name sagt alles. Satin heißt Seide. Seide wie nicht nur was im Mund fließt, auch wirklich ist es so, aber es ist auch ein ganz besonderer Stil. Satin bedeutet drei Sachen. Erstens immer nur Chardonnay, diese schöne feine Säure und diese Struktur ohne Ende. Nummer zwei, wird der Druck in der Flasche beim Schaumwein immer in Bars gemessen. Und Champagner normalerweise hat ja sechs. Im Satin ist es nur fünf. Das bedeutet eine noch feinere Perlage mit weniger Druck. Und das heißt auch, mit weniger in die zweite Gärung, weniger Alkohol. Also wirklich Win-Win. Den ganzen Geschmack und noch ein cremiges Mundgefühl. Dann dazu ein Teil von der Grundweine hier sind wirklich von alten Jahrgängen. Das heißt unfassbar tiefer drin. Wurzige, nüssige, einfach nur was normalerweise eine lange Lagerung braucht. Dann dazu die leichte Barrique-Lagerung und dann hast du eine Explosion von dieser cremiger, briochiger, haselnüssiger, so unfassbar Vielfältigkeit im Glas. Und letztendlich nicht nur Weltklasse, aber fährst du gerade die Rolls Royce unter die Franche Accordi. So ich sage nur jetzt, viel Spaß beim Fahren.